weiter geht's neuer aufnahme 3 2 1 und willkommen zurück im land der wölfe und wölfe und wölfe nicht vergessen und wölfen stimmt und wölf es ist mit proxie muss auch schön genderneutral bleiben bitte genau guten abend und mit al du ja dann ist natürlich wirklich ein bisschen auf die wölfe zu achten die mann und proxie guckt mal ein bisschen richtung das haus nicht dass die jetzt plötzlich hier macht er schon auftauchen ich hätte jetzt gesagt ich du solltest mir nicht im weg stehen sonst bist du im spike wo gehst du nachher her ich gehe da vorne gleich raus ich gehe da jetzt mal rein in den stripclub ja ich bin auch dritte bitte nicht zu bauen ja das war absicht damit keiner mehr reinkommt weg frei ok ok wo hast du lücken gesehen oder willst du die fenster hier weg haben nee alles was zwei blocks hoch ist proxie probiert den spike schon aus wirken die keine spikes ausprobiert ich habe nichts gemacht habe ich nicht eben noch gesagt ja hintereingang da ist eine mine vor ich hoffe da läuft jemand drüber aber nicht von uns könnte sein lass mal zurück spulen ähm also ich würde ja sagen dass die wölfe ausgang hatten da muss irgendwo ein zugleitengang sein ja das könnte natürlich sein also wenn du hier zu machst dann setze ich da auch noch ein paar spikes vor sodass halt überall so ein paar sind damit die sich ein bisschen tot rennen hei 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 überall diese grauen wölfe die sind bestimmt von erdogan geschickt worden meinst du bestimmt weißt äh so eine politischen sprachen sind natürlich nicht werbefreundlich echt meinst du die würden da drauf prüfen naja na sowas hier bringt es nicht zu viel müssen die dann nachher noch cdu werbung oder so rein machen das ist aber dicht oder spd sogar so das waren die spikes hier drin hier ist auch dicht das war es mit der werbung hier ist auch dicht machen wir hier noch ein paar rein äh wir haben gar keine wrench mehr ne ne scheine Ahnung mit dem fernseher hier drin cool dass ihr auch so viel spaß habt ja also ähm ganz ehrlich mit den einstellungen die wir hier gemacht haben ist das funny yes sir sehr funny sehr stressig aber sehr funny ja du kannst theoretisch hast du hier vorne die lücken die fenster sind nämlich in der zweiten reihe ja da hast du die lücken auch da vorne ja das gitter hält eigentlich viel aus ne ne das gitter 2000 ungefähr 2000 2000 ja das ist nicht so viel nur noch die häuser aber mehr als cobblestone die beiden türen ja genau und aus cobblestones könnten wir auch gucken ob wir da einen aufgang machen für uns sehr funny frisch ja äh proxy proxy dann lege ich dir noch was hin oder ähm kann ich zumachen oh Mist da hinten ist schreier und ein renner der rein der rennt der rennt der rennt ja und ein spucker das ist nicht gut das ist nicht gut das ist nicht gut er kommt 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 äh das ist eine andere seite nehmt euch die andere seite nehmt euch die andere seite versuch auf die spuckerin zu kommen alter nehmt euch die andere seite nein da komm ich nicht mehr wieder wir haben zwei spucker auf der hinten sache على sie bin auf dem dach alter schreim kleister ja Ich geh mal in ein anderes Haus, ne? Freiklegen. Lass die in den Spikes laufen laufen. Wo ist die Schreierin? Ich hab Läufer gesehen. Hab die Schreierin nicht mehr gesehen. Die sind zu vorderen bei dem Leuchten. Hängt die Sächse. Die Schreierin haben wieder zwei Treffer. Wo ist sie denn? Direkt unter mir. Direkt hier unter mir. Die Schreierin ist tot. Eine von denen. Aber wir haben drei Szene vor der Tür. Die Schreierin ist nicht tot. Die lebt noch. Die ist im Haus jetzt unten drin. Verdammt. Aua! Scheibe! Ja. Gut gespuckt, ist halb gestorben oder so. Verdammt. Ja. Also noch was dein Rucksack hier oben, Proxy, wenn du dich behalzt. Ja, genau. Alter Schwierig. Alter Schwierig. Jetzt ist der Rucksack gerade runtergefahren. Ne, ich hab den Rucksack genommen. Ja, du hast den. Ja. Ja. Ich hab, die sind schon im Haus drin. Ja, die sind unten im Keller. Im Keller? Im Keller. Im Keller. Im Erdgeschoss. Im Keller ist gut, ja. Ich versteh kein Wort mehr, weil die gerade so laut sind. Alter, die zerbrösen uns hier das ganze Haus am besten. Ja, das war's dann, ne? Ja. Äh, einfach hier bleiben. Was? Einfach hier bleiben. Mittig, mittig hier bleiben. Mittig? Du willst also, dass die von unten nicht gucken, oder was? Nein, einfach hier bleiben. Ja, bist du im Motorrad? Ich hab mich dort. Ich bin undetekted. Und zwar hinzu. Ich hab undetekted. Dann stellt euch das Motorrad genau so um die Muffi. Ähm. Ähm. Ich werde ja auch noch mal da sein. Ich kann mir jemand immer kaputt machen. Ach du lieber. Der hat mich durch die Decke gespuckt. Der gleiche Scheiß. Ja. Durch die Decke. Das war aber ein Bug. Bugs sind kein Auto diskutieren. Das war ein Bug. Ja, das ist egal. Bug-using dürfen Zombies los machen. Die Decke ist nicht mal kaputt. Guck doch. So. Ähm. Damit. Beenden wir das. Okay. Die Aufnahme. Und fangen sehr gerne neu an. Ciao, ciao. Ähh. One two. Ciao.